Dann könnt ihr mit dem Geist so richtig hinzugehen und sagen so und jetzt mache ich die E-Mails platt. Was ich mir empfehle, ist so ein Mail-Block, weil es ist immer effizienter, Stapelverarbeitung zu machen. Also einmal alles platt zu machen und nicht immer wieder etwas vereinzelte Dinge. Und so typische, was wir in unseren Coachings versuchen zu empfehlen, ist so typische 3-Block-Strategie zu fahren. Einen am Morgen, einen am Mittag oder vor dem Mittag oder nach dem Mittag und einen am Abend. Dann könnt ihr mit dem Geist so richtig hinzugehen und sagen so und jetzt mache ich die E-Mails platt.